Angreifer Alvaro Morata vom FC Chelsea hat verraten, dass er bereits vor der Weltmeisterschaft in Russland vom Wechsel seines ehemaligen Mitspielers Cristiano Ronaldos von Real Madrid zu Juventus Turin erfuhr. Er lebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Ich konnte es nicht glauben, sie haben es mir anvertraut, bevor es wirklich so weit kam, sagte der ehemalige Juve-Angreifer gegenüber Cardenaser. Meine Eltern sagten, dass es unmöglich sei, doch ich wusste es schon vor der WM, Cristiano Ronaldo Alvaro Morata rechnete mit Verlängerung bei Real Madrid hatte eigentlich mit einem Verbleib des Portugiesen beim Champions League Sieger gerechnet, ich ging davon aus, dass er verlängert, fuhr er fort. Zumindest so lange, bis ich mit einem Juve-Direktor sprach, der mich fragte, weißt du, wer zu Juventus kommt. Fünf Tage vor dem WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien wurde der Transfer von Ronaldo nach Turin als perfekt vermeldet. Für den 33-Jährigen flossen 100 Millionen Euro nach Madrid. Mehr zu Cristiano Ronaldo, Real Madrid und Juventus Turin. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.